Das können Sie ganz einfach in unserer VR-Sisi. Sie gehen einfach in unsere Kabine. Alles Weitere macht die Mitarbeiterin mit Ihnen über den Bildschirm völlig ohne Infektionsgefahr. Nein, Sie gehen einfach ganz normal in die VR-Sisi, wie Sie in die Filiale gehen würden. Und das Schöne ist, Sie müssen nichts drücken, nichts wischen, nichts schieben, sondern einfach nur sprechen und uns sagen, was Sie gerne hätten. Nein, Sie können nichts falsch machen. Sie sagen uns einfach nur, was Sie wollen. Sie können alles genauso machen, wie Sie es am Schalter machen würden. Alles außer Geld einbezahlen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, über unsere VR-Sisi zu den Verbandsgemeinden in Offenbach oder Bellheim und zum Energieversorger Thüga Kontakt aufzunehmen mit den Kolleginnen und Kollegen dort. Das ist ja das Schöne. Wir sind sogar noch länger für Sie da. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind von montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr für Sie persönlich zu sprechen. Das ist ja das Schöne. Wir sind 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 ja das Schöne.